Ich lasse hier mit mir in Ruhe etwas umsehen, vielleicht stoßen wir dabei auf die Kommande zu tragen. Erlauben Sie, dass wir Ihnen Ihre Erfrischen bereiten? Nein, das ist vor allem. Wir trinken uns und freuen uns von Ihnen. Übrigens interessiert es hier noch ganz sehr für Ihre Welt. Das freut mich, dieses Jahr. Vielleicht, dann dürfen wir uns vielleicht etwas umsehen. Ja, mein Volk weiß es, was ich lese. Es ist doch besser, wenn Sie etwas ausfüllen. Sehr gut. Denn Sie wollen McCoy, an dem wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, mit Vergnügen. Sie dürfen sich auf Yonada umsehen und unser Volk kennenlernen. Danke. Auch dafür, dass Sie sich um McCoy tun. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank.